Hallo Jens, nachdem ich gestern gesehen habe, dass du nominiert warst, wusste ich, was da folgt. Nun gut, ich bin bekannt dafür, dass ich mit kaltem Wasser und Eiswürfel eigentlich nichts am Hut habe und dem Ganzen auch nicht unbedingt ungeschützt begegne. Zudem ist es natürlich so, dass ich ähnlich wie Captain Picard alias Patrick Stewart vielleicht doch die ein oder andere bessere Verwendung für Eiswürfel habe. Bei der Gelegenheit nominiere ich meinen Cousin Michael Passmann, Stefan Steiners-Tauch und Jörg Luschinski. Ihr habt 24 Stunden Zeit und vergesst das Spenden nicht. Cheers!